Hallo, herzlich Willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, herzlich Willkommen zum Making-of zu Manuel am Abend. Ja, hinter den Kulissen zeige ich euch heute, wie eine Manuel am Abendfolge entsteht. Ja, dazu müsst ihr einfach mal mitkommen. Ja, so, der Tisch ist mal ein bisschen feucht. Da steht die Kamera rein. So, ich werde jetzt die Kamera da rüber drehen. Hiermit werden wir heute drehen, weil momentan drehe ich hier mit, mal an einem Abend. Aus dem Grunde, zeige ich mal was, um das in dieser Fassung zu machen, auch in 60.9. So, ja, und das werde ich jetzt tun. Und, ja, ihr könnt einfach dabei sein, wie ich hier gleich diese Folgen so mache. Und, ja, damit ihr mal sehen könnt, wie das entsteht und was so alles passiert und so. Ja, jetzt drehe ich euch mal. Jetzt könnt ihr das natürlich nicht sehen. Das soll aber nicht das Problem sein. Seht ihr, das könnt ihr nämlich auch nicht sehen. Also muss ich nämlich schon mal da nicht sehen. Mit ihr wart es sehen. Und, ja, das prostate ein. Dieseschnitt ist doppelang. Süß, da. Süß. Süß! Süß! Süß. Süß! Süß. Süß! Süß! wir gehen doch noch ein bisschen weiter hier rüber hier 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, it's necking off. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, herrlich. Vielen Dank. Ja. Ja. Das denke ich nämlich auch. Ich denke mal, dass das gut passen wird. Ich weiß nicht. Das sieht ja was vor, oder? Ja. 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 Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Na, 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 Freunde. Ja? Ihr wundert euch? Ich trinke heute gar nichts. Ja, habe ich drinnen stehen. Und die Sonne kommt außen langsam, ein bisschen raus. Finde ich ihn gut. Ja? Ist ja auch gut, wenn es mal ein bisschen aufhält, ein bisschen aufklart. Ja, na, 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 Freunde. So ist das. Und, so macht man das. Ja. Aber, so ist es. Wie gesagt, das Wetter ist eigentlich okay. Das Jahr war es trocken. Zumindest, wo ich unterwegs war. Ja. Kann mich eigentlich beklagen. Gut auf der Treppe, da bin ich froh, wenn. Beim Drehen ein bisschen ausgerutscht. Dann war es doch tot. Ja. Ach, er hat ja nur herrlich manchmal. Nichts. Ja. 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 Vielen Dank. Na gut, zeigen kann ich euch, das ist nun der Vogel ist leider schon weg. Er denkt auf so einem Ast gesessen, ein Gebüsch, nur weil er ja, muss man uns leben dann ja mal entspannen. Ja, ich möchte jetzt auch nicht mit dem heißen Brei rumreden, aber wie ihr seht, ist es glatt auf. Da steht nochmal Macking Off. Jetzt fragt euch sicherlich, warum ich euch ab und zu den Macking Off kann man mal zeigen. Ja, liegt daran, weil ich wollte heute nochmal Macking Off mit aufnehmen. Ja, und weil es einen ähnlichen Titel haben wird, ist es natürlich dann auch gut, wenn man sagt, okay, zu welcher Folge nochmal das ist und dann passt das auch ganz gut. Ja. Ja. Aber, ihr seht, die Sonne kommt langsam raus. Ja. Oh ja. Ja. Aber bei solch einem tollen Abend schmeiß ich fast die Kamera weg. Sollte auch nicht sein. Ja. Die Kamera, die Sonne. Und die Kamera wollen wieder in den Augen ein bisschen flichten gehen. Aber, ja. Ja, mein Name, mein Freund. Das soll erstmal das gewesen sein. Wir sehen uns morgen wieder, hier, um 9 Uhr zu meiner Namen, Willemund. Schaltet euch wieder ein. Macht's gut. Und Ciao. so Bis zum nächsten Mal.